weil unter 25 soll ich mein geschütz jetzt aufstellen geschütz aufstellen ja jetzt ist ja naja gut danach geht es ja wieder los egal ich stelle sich auf so da hinten müssen wir hin leute was ist das denn ja das ist egal haben wir diesen rücken frei ich lieg am boden ich lieg am boden ich komme ich komme ich komme habe ich okay okay ich komme ich habe das noch eine und ich nehme noch ein geschütz die ziele sind geschichte okay jetzt haben wir keine munition eingesammelt naja also ich hole mir jetzt im text die habe ich jetzt verbündete truppen sitzen fest und ihr seid allein durchhalten wir mittlerweile runde 25 ja danach wird normalerweise auf neu gesetzt was ist denn diese rote kugel was soll ich denn immer machen so ich keine ahnung auf jeden Fall darfst du da nicht reingehen da tut weh ach guck jetzt ist runde 1 hoch 2 seht ihr das jep 1 hoch 2 1 hoch 2 das heißt die gegner werden ein bisschen stärker ja aber so richtig stärker ich meine die ersten hier sind noch ein schuss was sind die so cool wir wissen es nicht aber du kriegst schaden glaube ich wenn du da reingehst haben wir das getestet äh nein aha aber rot rotes licht ist immer gefährlich immer nicht so gut ne so alles auf markt bei mir warum gehen wir nochmal aus der lobby raus hier und schaden bekommen ja und langsamer gewesen oh je sag ich doch warum steht das dann genau über die sehr gut sherlock wo kommt das her hm das sind aliens wow look wird größer wo kommen denn die her die bewegt sich über die map crazy shit doppel f hab ich aber wieder gehen wir wieder rein in die lobby nein äh woher äh woher kommt dieser beschuss nein lobby würde ich sagen lobby super moment wie gesagt immer noch keine probleme die kugel ist die kugel können die kugeln können das problem werden was ist denn diese scheiß kugel das habe ich auch schon mutter gesehen namen sind schon namen sind schall und rauch die ziele sind geschichte ich bin erster übrigens aber ich kann mich nicht mehr verbessern ja ist doch nicht schlimm obwohl ich könnte mal gucken was hier noch in der kiste gibt vielleicht gibt es ja lutscher oder so äh fähigkeiten ich muss etwas schlimmes sagen ich mach es nicht so schön kannst du das lassen waffen aufsätze schnellfeuer schnellfeuer ist auch ganz gut ich kann es abnehmbar ich kann das geschütze jetzt abnehmen was immer das heißt kannst du in die hand nehmen ja dann kannst du in die hand nehmen oh guck das doppel f will hier fertig sein wieder in den lobby lobby äh info sammeln ja die lassen die leute fallen wenn man sich tötet oh ich sehe nichts ich brenne um mich rum ja 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 lockerbleiben pass auf ich kenne da sind infos einsammeln mit eb ach so geheimnis gesammelt au 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 wir haben alle geheimdaten erlangt krass Ja und jetzt also jetzt komplett die ganze scheiße wir schon mal gemacht haben nur noch mal Wir sind aber schon irgendwann gemäxt und müssen halt nur noch ruhig halten ich meine das wird nicht leicht später Aber so richtig spannung ist glaube ich anders oder Ich habe gedacht da kommt ein bisschen was anderes noch Da kommt zombies jetzt Achso Doppel-App Irgendwas stimmt wieder nicht ja ich finde das bild eigentlich schwierig ich bin wirklich krass vertieft Jetzt gerade drin weil dieser exo-modus doch Meine ganze aufmerksamkeit auch gerade Meine fischi braucht meine ganze aufmerksamkeit Rede mit mir Schützt sich trotzdem Deswegen braucht diese weste die wir dir als pöck kriegt damit ihr nur ganz kurz nicht sehen könnt Ganz wichtig leute ganz wichtig weil irgendwann hören die gar nicht mehr auf granaten zu werfen Lade nach Feuerschutz Meine exo-fähigkeit ist leer Bestätigt alle feinde ausgeschaltet Kann man die eigentlich aufladen Achso wahrscheinlich Exo-fähigkeit So und wann bekommen wir jetzt das äh Zombie-Skin Aber mal bitte mal grad nicht weitermachen ganz klar Moment bitte Muss man kurz umziehen Das geht Das geht Das geht Ich hab dir doch gesagt wie lange das dauert Mach das besser Nur einen Pulli ausziehen Mir ist verheiß Oh Oh jetzt wird's erotisch Mir ist so heiß Fischgott sag nochmal was Hey Ja manchmal Halte ich mich mit meinen sexuellen Kommentaren ein wenig zurück Ja bitte Geht so ne geht so Hat ja bisher ganz gut funktionieren ne Nein Oh jetzt Ich war's Wie du meinst Also wenn man Tab drückt sieht man hier aber die meisten Abschlüsse hat Wolle ich nur mal gesagt haben ne Eieiei Ich schick die mal raus Achso Doppel F Muss erst mal ein Zielwerb besser holen Nein nicht Nein 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 Okay Ich mach Doppel F Sensoren zeigen EMP Bomben Ausfindig machen wir den schaffen Ja Du bist wieder bei mir Ne ich bin bei Kokain Cool ich bin auch bei Kokain weil der entsteht gerade Oh Oh Hier ist Weihnachten hier ist Weihnachten Oh oh ich sterb gleich Juhu Keg am Boden Blute Komm Oh Mist Halt durch Okay Wuuu Jetzt wird's aber brenzlig Lobby Ab in die Lobby 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 Wenn du nicht in der Lobby ist, ist letzter Und dann gehen wir hier runter Leute Kokain komm rein Folgt mir Ja Folgt ihr mir? Ja wir kommen Ab in die Duschen Duschen? Geil Hier sind auch noch zwei Eingänge Auch super Ja Sehr gut Okay Und jetzt die Vorräte holen Seid ihr? Seid ihr? Neu Hööks Ah Moin Oh Oh Schon wieder Geschütz Aber ich habe mein Geschütz voll aufgewertet mit Energiestrahlung mit 360 mit Raketen Wie, wie, wie? Du kannst entweder Energie oder Raketen machen Wie halte ich die denn auf Äh, an dem Ding Äh, an dem Ding Äh, Punkteserien Gedöns Punkteserien Verbesserung Ah Also bei Punkteserien habe ich auf dem Raketengeschütz auch mal für die Zuschauer zum Sehen habe ich Energie, 360 Grad und abnehmbar Mhm Ich mache meine Angriffsdrohne besser Und mein Geschütz Feindliche EM Truppen kommen, ausschalten Ich mache jetzt meinen Goliath hier, komm her Verbündeter Goliath online Ich nehme einfach mal auf Was Ah Ah Jaja, hier drin ist halt der Gehörte los Alles easy, alles easy Komm auch gleich, ich habe mir noch einen kurzen Anzug angezogen Ich bin online Na endlich Komm hier rein Achtung Munition Muss mich nur drehen Wie, 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 alles zu leicht, ne? Der Goliath ist scheiße Der Goliath, der Goliath Da muss ich mit der Railgun, muss ich erstmal ne halbe Stunde drauf halten Munition ist da hinten Scheiße, ich kann vor allem nicht springen mit dem Kacker Nein, die Munition ist weg Oder hat jemand eingesammelt? Ich habe die eingesammelt Sehr gut Aua Ich wollte nur mal zeigen, was ich kann Naja Ja Das war sehr aufregend Geil, oder? Fand ich im Singleplayer geil, aber ich darf jetzt nicht spoilern Ne, darfst du nicht Spoilern Also, ne? Am Ende Du kannst aber felgen, wenn du willst Am Ende von Call of Duty Da, wo die Manege am Fluch haben und im Koks, das ist der Arm Da geht's richtig ab, Freunde Wir kämpfen in nem Sauna-Club, weil wir nach nem schönen Kampf immer uns ein bisschen entspannen bei einem schönen Dampfbad Ja Deshalb bleiben wir dort Hab ich einen Ich bin kaputt Ihr müsst in den Riechenmodus gehen Du stirbst halt kurz, ne? Aber dann kommst du wieder Ja, ist egal Bin ja Bin ja Minyas Bin ja Minyas Bin ja Minyas Bin ja Minyas Super Minyas 3000 XP Ist ja albern, ja Wie lange kann man das spielen? Also, wie lange geht das so? Ich glaub, das geht für immer Stunden Für immer und ewig Alle Feinde ausgeschaltet Aber Minyas Ich glaub, ich muss nochmal überreden zum Zombie-Modus Das musst du dir mal angucken Weiß Zombie-Modus? Also Bio 2 Black Ops 2 Ah Das, klar Machen wir mal Das machen wir mal Das ist super Aber ich muss das jetzt sagen Damit hab ich die Zusage offiziell live und in der Aufnahme In Farbe Der Exo-Modus, ne? Der ist ja Etwas langweilig, find ich Ja, irgendwann ist so ein bisschen Ja, find ich auch Muss ich ehrlich sagen Weil es ändert sich jetzt nichts mehr, ne? Also Es kommen einfach nur Nur Gegner Immer nur stärker Und stärker Ja, aber das ist ja nicht Das ist ein Ball Oder wir messern nur noch Marco Wir messern nur noch Marco Polo Gefallene nach Infos durchsuchen Ich spiele keiner mit mir Ball Gefallene nach Infos Ach, du bist der Oh, was war das denn? Ich bin verlaufen Das gehört? Was denn? Ei, 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 ei Oh Verbündeter gefallen Wiederhole Verbündeter gefallen, aha Oh, ich Wo? Ich liege In der Lobby Ich komm Ich komm, äh, ich versuch hochkommen Ich bin hochgefallen Oh fuck, ich seh nix Ich seh nix Ich seh nix Deswegen brauchst du diesen Perk Alter, ich seh nix mehr Fünf Sekunden Ich bin gefallen Leg den auf Oh, nur noch Minjas Oh Das wird nichts Doch Wird Oh nein, du bist weg Ich bin tot Komm zu uns runter an Pool, schnell Ja Oh, jetzt, wir sind tot Wir sind tot Zehn Sekunden Wo bist du? Ich bin tot Lass dir Zeit, ich hab acht Sekunden Acht Sekunden Alter Alter Oh, schnapp, 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 schnapp Uh Über euch, über euch, über euch, über euch, über euch Boah, System-Hack Wir leben wieder Die Runde startet neu Ja, nee Doch Nein Doch Nein Ich stell jetzt mein Geschütz auf Also, kann ich nicht Dann stell ich dann hier in die Lobby Oh, da ist er Noch fünf Sekunden Die zwei Sem-Hacks hab ich drauf gehabt Oh, fuck, die ist vorbeigegangen Ist er kaputt? Geh, Senior Komm, wir bleiben zusammen Zusammen bleiben Nicht, nee, nee, die Kokain nicht Die Kokain nicht Wie lang geht denn dieser scheiß Hack? Was bist du voll in den Ohren? Das ist viel zu lange Da ist noch ein Mech Man kann hier nicht ran, ja, ich weiß noch nicht mal wo Hier, der kommt ja uns hier oben, Jungs Oh Oh Okay, ein Leech Fuck Waffe aufgehetzt Da lebt er wieder Oh, sehr gut Habt ihr alle Sem-Tags dabei? Weil die sind halt total nützlich gegen diese Viecher Holt euch mal Sem-Tags, bitte Du meinst die Sem-Tags-Kanaten Und bleiben die haften? Ja Ja, die bleiben haften an diesen Goliath-Vogel da Und dann machst du den halt kaputt Hab ich Aber der frisst schon mindestens vier, ne? Eigentlich mehr sogar Na gut, dann hat jeder einen einen fetten Und weißt du was, das nächste Geschütz stelle ich in die Lobby vor die Theke Einfach als Welcome Du machst das schon Willkommen in so einem Haus bei Attacraxia Luxury Resort Wie dann kommt's extra? Okay Stell dich hin Steht Steht 360 Grad mit Raketen, ihr werdet euch wundern Gute Nacht, Koppeling Mit Raketen? Bist du nicht ganz dicht? Ja, hab ich mit Raketen Warum zielt der auf mich? Ich sehe doch gar nicht gefährlich aus Du kannst ihn auch steuern, ne? Das weißt du? Nein Wenn du mit F gedrückt hältst Ja Oh, hast du es gesehen? Hast du es erkannt? Hui! Wow Vorräter! Ähm, das ist useless Pass ich das Spiel eigentlich an, wenn du vier Leute hast? Ne, ich glaube nicht Das wäre ja dumm, oder? Munition Oh, ich habe das Schild an Okay Hier sind noch Vorräte Hier hinten raus, Jungs, holt euch die mal Wenn es geht, die Weste Wenn da Perks drin sind, die Weste nehmen Geil, geil Will denn keiner? Leute Kommt hier Kommt hier her Ihr müsst euch das Zeug holen Ich kann das Ding fernsteuern Geil Jetzt freut er sich Ja, ich finde es super Hier draußen Oh, hier ist ein Feuer Hier brennen ein Lager Hier ist voll gemütlich Lass uns hier draußen hinsetzen Ist wirklich hübsch hier Ja Ja Weißt du, was mir im Singleplayer aufgefallen ist? Du kannst mit Munition Kannst du Drehstühle beschleunigen Also weißt du, so ein Drehstuhl Oben an die Lehne Auf die eine Kante geschossen Und dann dreht der Spin da rum Näh Ja, ja Also das fand ich irgendwie einen lustigen Gag Wow Lass dich an sowas denken Oh näh EMP, alles gut, kein Hack Kein Hack Ihr könnt euch beruhigen Verbündete Bombardierung im Anflug Hier hinten ist alles gesichert Oh Ich mach mit Oh, Luftraum zu voll Ich will auch noch eine Bombe Oh, 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 oh Ah, ich mach mit, ich mach mit Ah, geht nicht, schade Oh, 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 oh Hast du das Bild wackelt? Ja Ja, ich hab auch noch so ein Bombardierungsding Ich auch, ich hab so ein Vulkan Das werde ich jetzt aufbessern übrigens Das müsst ihr euch mal angucken, das ist total krasser Scheiß Was denn? Vulcano-Ding Kann das Bombardierungsding nicht aufbessern? Der Exo-Modus ist einfach sowas wie in den Call of Duties und Coop-Modus Hier jetzt nur nicht gegen Zombies, sondern gegen KI-Gegner Runde, ein paar Drohnen kommen da angelaufen Äh, angeflogen, also Ja, und man versucht von Runde zu Runde zu kommen Wir sind momentan in Runde 12 hoch 2 Also in Runde 144 Ich würd sagen, wir machen jetzt aber höchstens noch bis 25, oder? Echt? Oh Ich find so ein klassisches Team-Deathmatch wertet die ganze Sache doch am Schluss noch auf Absolut, absolut Das ist auf jeden Fall besser Das müssen wir noch dazu holen Okay, ich lauf jetzt einfach mal los Weißt du was? Ich bleib mal hier und ich geb euch eine Unterstützung aus der Luft Oh fuck Wird sich nicht mehr verstecken Gibt es jetzt Ja bitte Aktion her Oh, was war los? ALT! ALT! Was hast du, was hast du denn gemacht? Das ist dieses Orbital-Ding, glaube ich Das ist der Volkanteil Oh fuck, hier brennt ja alles Hier ist mehr als ein Feuer Aua! Bin doch hier Oh, 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 oh Ich bin down, ich bin down, ich bin down Ich bin down, ich bin down Ich hab Blut Ich bin da Was macht ihr das? Kann man ja nicht mal in Ruhe eine dampfen hier in der Zeit Was ist mit dir los? Dampfen Wo sind die Marken, Leute? Ihr seid gar nicht am Sammeln Oh, oh Ach, die ist wahrscheinlich hier unten Da hinten auf der anderen Seite sind noch eine Menge 51 Sekunden, haben aber noch Zeit Oh, das müsste man eigentlich schaffen Hier ist keine Marke Da Wie bist du mit einer Marke? Ähm Nutella Ha, ich hab auch eine Gut Er hat eine Marke Ah endlich Hier sind noch Vorred, Leute, ich sag's euch nur Das war Das war Das war